Gewalt als Mittel im Kampf für die Gleichberechtigung aller Menschen und Rassen ist wirkungslos und unmoralisch. Sie ist unmoralisch, weil sie eine Spirale der Zerstörung und Selbstzerstörung darstellt. Denn das Rachewort Auge um Auge hinterlässt nur Blinde. Gewalt ist unmoralisch, weil sie den Gegner vernichten will, statt sein Verständnis zu suchen. Gewalt ist unmoralisch, weil sie den Hass sät und nicht die Liebe. Sie vernichtet die Gemeinschaft und verhindert die Solidarität. Sie führt die Gesellschaft in den Monolog statt in den Dialog. Gewalt endet in der Selbstzerstörung. Sie hinterlässt nur Bitterkeit und Brutalität. Martin Luther King Jr. Ich glaube, es gibt eine Menge guter Menschen in Amerika. Aber es gibt ebenso viele schlechte Menschen in Amerika. Und die schlechten Menschen scheinen diejenigen zu sein, die die ganze Macht besitzen und die die Dinge blockieren, die wir so nötig brauchen. Weil das so ist, müssen wir gemeinsam dafür sorgen, dass wir das Recht bekommen zu tun, was nötig ist, um diesen Zustand zu beenden. Aber das heißt nicht, dass ich Gewalt befürworte. Aber das heißt auch, dass ich nicht gegen Gewalt als Selbstverteidigung bin. In diesem Falle nenne ich es nicht Gewalt. Im Falle der Selbstverteidigung nenne ich Gewalt Intelligenz. Malcolm X Für.